Aaaahghhhhg Uuuum... Und, hier allah mit, herzlich willkommen! Wir sind zurück, wieder in unserer Waffenkammer Bei... Gun Man Chronicles Das mal... Der andere Teil, der noch gewesen ist Ich habe gemerkt, dieser, der ich das letzte mal gespielt habe Ist der zweite Teil Und der jetzt ist der erste Teil Aber sie hängen jetzt storytechnisch nicht zusammen Und ähm, darum ist es auch scheissegal. Gut, es ist jetzt ein paar Tage her, seit ich das andere gespielt habe. Schauen. So. Okay, wie geht das schon wieder? Ist jetzt auch ein bisschen eine andere Zielschreibe da. Hey, richtig schlecht. Richtig schlecht. So, genau. Machen wir doch das gerade noch einig. Ein bisschen warm laufen da. Okay, besser. Und letzte Runde. Here we go. Haha, richtig schlecht. Naja, scheissegal. Ähm, raus. Neues Magi-Kleck. Und gleich wie letztes Mal würde ich sagen, wir gehen los. Wir gehen los. Ähm, die Waffen könnte ich eigentlich noch versorgen. Und here we go. Yeah, okay. Das Mal müssen wir. Oh, Target Retrieval. Jetzt müssen wir eine befreien. Geht auch wieder fucking 280 Bussige. Bussige. Bist du viel? Geil. Da liegt das Mal nichts. Was bist du? Der Gartenzwerg vom Dienst. Ach du Scheisse, Mann. So, okay. Ähm. Ja, so wie das ausgeseht da. Keine Ahnung. Gehen wir die Zähne und Rocket die Scheisse wie jedes Mal? Oder bis letztes Mal? Was ist eigentlich da hinten? Last Stand Mode. Okay. Geil. Okay. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Über das. Ja. An das Zeit wagen wir uns da auch noch irgendeinmal hin. Geil. Yeah. Okay. Ähm. So. Aber jetzt zum ersten Mal da. Let's go. Wie gesagt, ich habe die Mission auch noch nie gespielt. Das ist jetzt auch für mich das erste Mal. Und ich hoffe doch, wir rocket das Shit. Laden. Laden, Laden. Ah. Nice. Sind wir auch ein bisschen nervös? Ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Oh. Okay. Okay. So. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Was haben wir da? Dieses beliebte Armband. Nice. Äh. Knarre. Haben wir am Start. Das ist gut. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal. New object. Enter the bar. Keep the pistol hidden, wie das letzte Mal. Haben wir. Weil du, du und du. Kommen wir jetzt auf den Sack rüber. Hehehe. Okay. Belli, hoi. Hey. Belli. Alles klar. Gut. Zentrale Party und so. Lug's. Hä? Oh, ich lueb's. Hey. Oh. Doch, endlich. Oh, gehör'n Schritt. Ha. Okay. Vorrat, Leute. Trieb' ich da nicht. Ah, flasht. Muss wieder ein klei dreinkommen. Muss wieder ein klei dreinkommen, Jungs. Wir sind da vorrat. Gehör'n da. Echt, gehör'n einmal noch. Oh. Scheisse, Mann. Richtig schlecht. Okay, okay, okay. Cool bleiben. Geschmeidig bleiben. Alles ist gut. Jetzt machen wir's so wie das letzte Mal. Von dort wo die Gegner herkommen, ist es meistens nicht so verkehrt. Geil, das ist geschmeidig. Alles geschmeidig. Wo? Oh, Psycho-Port. Wieso ist es jetzt hier zu, Mann? Wir sind jetzt einfach an dieser Seite. Kann ich die echt nur brauchen, wenn ich verletzt bin? Oder Scheisse? Na ja, egal, nehmen wir mal mit. Schauen wir mal weiter, was haben wir da, Schwenz? Haben wir da? Das ist einfach die andere Seite der Türe, so wie es aussieht. Was ist da? Hopp. Ha! Oh. Einfach einer drinnen, so, was haben wir im Kühlschrank? Töpperware? Ey. Mach auf. Töpperware. Hunger, Mann. Oh, was ist das da? Brot. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hehehe. Oh, wie ar, Mann. Ich kann es einfach nur gern. Ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach nur geil. Das Einzige, was mich stört, ist der mit dem Kabel wieder. Und da wieder. So, okay. Weiter geht's. Da ist schisi. Da kommen wir her. Gehen wir mal hoch. Oh, da. Proceed. The managers. Oh, das wäre ein Kabel, Mann. Alter. So. Also, jetzt ist gut. Uff. Braut. Noch ein Lader. Yeah. Okay. Gehen wir die Türe, Mann. Gehen wir sie. Riedlich? Ah, doch nicht friedlich. Bäh, sein Blut. Bäh, ich gehe weg. Ich kann ihn laden. Ried. Irgendwo schon nicht gehört, Mann. Ruhig. Ist gut. Und es ist da. Ist da oder? Einfach in der Scheisse, Mann. So, grusig. Ich habe irgendwie das Gefühl, einer ist hinter mir, Mann. Idiot. Ich habe das Gefühl, hinter mir ist einer. Okay, ich sehe nichts. Ich sage, perfekten Moment, um schnell nachzuholen. Komisch. Naja, weiter. Hier ist zu. Jetzt ist noch zu, Mann. Hier, Mann. Ist es noch einer? Ah das wäre jetzt die andere Türe gewesen. Von da sind wir ja gekommen. Okay, okay, okay. Shoot him! Den habe ich jetzt nicht erwartet, ich habe ihn eigentlich schon erwartet, aber nicht gerade da er so raus schiesst aus allen Ecken, ihr gerusige Mann, ich werde schnell Kabel entwirren, so, sehr gut, okay Leute. Ah, okay, da ist ruhig, nice, okay, wir haben unsere Karte, jetzt ist die Frage, look for a hidden door near the kitchen, okay, kitchens sind wir vor da g'si, he? Hah, das ist schon erwartet, 200. Genau erwartet man, genau erwartet. Oof. Bitch. Einfach immer wieder geil. Geist, habt ihr den Schuss gesehen fliegen, huren geil? Ja, das fällt mir erst jetzt auf, man, was die eure Kugel wegspickt. Bäm, huren geil, ey, doch. Alter, völlig bescheuert man, ich habe eigentlich eine Mission da. So, und let's go, da unten ist die Küche. Bis jetzt ist ruhig, he? Bis jetzt ist ruhig, he? Ist gut, bis jetzt ist ruhig. So. Hey, ich habe es schon gesehen, ich habe es schon gesehen. Geh weg. So, gib mir die eure Karte, komm. Joepa. Paf. Ey, wie geil. Wie geil. Ich habe ein bisschen Angst, aber, äh, ein anderes Thema, gell? Na ja, gehen wir mal schauen, man. Ja, ich habe es schon gesehen. Hei, sind ihr dumm. Oder einfach nur schlecht, oder ich bin einfach gut. Wer weiss. Oh. Verdammt, den habe ich nicht gerechnet. Dass sie auch einfach schön dort wartet, ist ja geil. So. Okay, finde ich gut, mal ausnahmsweise. Oder? Wer aber immer noch irgendwie schritt. Jetzt ist wieder ein Kartenslot, so. Ist da irgendwelche Zellen? Hey, Brudi. Alles klar bei dir? Sieht nicht so aus, he? Scheisse, Mann, ist das fett. Scheisse, ist das fett. So, okay. Gehen wir dahinter. Ah, schau, was haben wir da, schönes? Äh. Yo. Jetzt komme ich dir einfach, Mann, ich bin da am Karten anschauen. Oh. Jetzt bist du bereit. Hey. Oh. 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 Das sieht einfach nur gut aus. Oh. Das sieht mit dem Kopf nicht in die Wand rein, sonst wird es so komisch gelb. Oh. Du kommst. Ich bin die Knänen von hinten, sehr schön. Sehr schön. Definitely. Das ist das den wir retten müssen. Ich muss einfach mal nachladen. Ich habe das Gefühl, wie wir uns reingreift. Ja! Killer Altar! Escort Emily Watts to safety. Emily, alles klar! Ja, die kann man nicht auch touchen. Scheisse, Mann. So, bist du bereit? Gehen wir, ziehen wir es durch. Let's go! Ja! 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 Sein steht einfach so cool neben dran, Mann. Also komm mit. Ich muss mich noch schneller entwirren. Sorry. Leises Tänzli. Boop, boop, boop. Okay. Let's go, komm mit. Ey, das ist mühsam mit dem Kabel. Ist die verdammte Scheisse. Oh. Hey, so richtig schlecht wieder du. Exit, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Alter, wir kommen noch hin auf euch. Gut. Emelie, bist du da? Gut, komm mit. Sehr nice, sehr nice. Exit und... Let's go! Emelie, bei mir bist du sicher. Hast du gehört? Aber einfach cool bleiben. Du musst cool bleiben. Oh, das ist ja da, wo wir hierher sind. Sehr nice. Emelie? Emily? What? Shit. Shit, 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 shit. Oh, das ist richtig schlecht. Jetzt kommen wir da raus. Hier geht's. Here we go. Here we go. Komm, Emily. Was ist da? Reach and wait for evac. Nice. Emily? Emily? Was ist sie jetzt? Emily? Sie steht einfach da. Komm. Yo. Yo. Komm. Wieso willst du jetzt nicht mehr? Komm mit, Mann. So, sehr gut. Komm. Nice. Sie ist ein bisschen am Tanzen, Freule. Freule, Freule. Komm, du. Hopp. Los jetzt. Pup, 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 pup. Wir haben es nämlich, so wie es aussieht, gerade geschobt. Nice. Kommt sie jetzt? Ja, Mann. Sie ist einfach hinter mir. Ja, und jetzt? Defendant Position. Final Objective. Nee, du meinst. Jetzt gibt es noch Riektos. Ach, du Scheisse. Also, komm. Let's go. 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 Das war's. Alter, what the fuck? Ich kann es nicht mehr aufhören. So, ich bin alle. Ich bin alle. Ich bin es geschafft. Wir haben es geschafft! Thank you! Thank you! No problem! Emily, gern für dich doch immer! Easy! Yeah, wir haben es geschafft! Oh geil! Wir haben es geschafft! Ah, schön! Ja, ich kann mich nur wiederholen! Ist auch sehr geil! Die erste hat mir fast ein bisschen besser gefallen in diesem Hochhaus Aber das ist auch einfach Nur geil! Man kann es nicht anders sagen! Es ist einfach nur geil! Yeah, ich hoffe es hat euch auch etwas Spass gemacht! Wenn ja, gebt einen Daumen! Drückt auf Abonnieren! Drückt irgendetwas! Hauptsache es ist etwas gedrückt! Das ist der Spruch vom Tag! Bis zum nächsten Mal! Ciao!